so und jetzt kommt noch mal der weiter gleiter diesmal aber mit dem normalen shy guy so guck mal hier richtig schön alles weiß hier ne white out so und wir schweben die tod nein alter hoch leck nicht alle füße das war richtig richtig geil spaßig so jetzt machen wir das ganze noch mal das hat mir so einen spaß bereitet diesmal nehmen wir aber die normale route und die superroute so shy guy so schrecker das war spaßig So, und jetzt mache ich das Ganze nochmal, weil mir so, sorry Leute, mir passt so ein Spaß, die Mission, ich kriege davon nicht genug. Ich muss da noch einmal das machen. Das macht so ein Spaß hier. So. Ey, das ist ja geil. Da gibt es mir schon eine Mission, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und die rote Münze gecatcht. Und nochmal. Uh, das gibt's. Absturz. So. Das war richtig schön spaßig. Ne? So. So. Untertitelung des ZDF, 2020